Ach, das war gerade die Spezialfähigkeit von der Duse. Ja. Ping, ping, ping. Ja. Ein fälliger Schraubenschlüssel. Ich habe ihn. Äh, anstatt... Ach, ne, mal den. Anstatt das. Büss. Boah, der hat Büss kassiert. Sag mal, gibt es später noch so Katana für die Japanerin? Völlig richtig. Nein, Macheten. Das ist wie ein Katana. Sehr tolle Macheten. Nur schöne. Japaner wären bestimmt lustig gewesen. Äh, ich meinte... Ich habe einen Benzinkanister. Japaner sind lustig. Ja. Beschützt mir, beschützt mir. Ne? Okay. Guck mal lieber die Neuechen. Äh, Horst, hier. Kopf ab. Achtung. Spüre die Macht. Komm, Mann. Spüre die Macht. Spüre die Macht. Na. Und plötzlich sie doch kommen. Hey, Frontier. Hier, das müssen wir im Halb... Oh, oh, er macht Braggdance. Oh. Yeah. Yeah, schick ihn doch. Weißt du, wenn man so ein Messer in den Hals steckt? Wollt ihr zufällig mit? Ja. Ja, klar. Porten. Ne, leider doch nicht. Na, das nenne ich doch mal eine lustige Idee. Den Benzinkanister da hinten hinzupacken. Ach so, das muss man tun. Ich frag mich gerade... Man hätte es natürlich auch laufen können. Später, ähm, hast du auch noch andere Sachen drauf. Ähm, ob man da auch nur zuviert sitzen kann? Nein. Wir brauchen einen zweiten Bart. Da stand kein einer. Den hab ich da stehen lassen. Da müssen wir was killen. Da müssen wir was killen. Ja. Oh, Nico, du bist schlimm. Killen. Genau so ist er am Stand. Tüten. Und da renn ich da auch hinterher, ne? Ja. Auch mit dem Messer. Hahaha. Wobei, woher du denn? Hä? Nee, müssen wir auch nicht killen. Ja, das ist gut, Tü. Das ist gut. Welch eine Verrasche. Nicht aufstehen. Böser Zombie, böser, böser Zombie. Dich hab ich überfahren, du Vieh. Hat der Sack überlebt? Das gibt's doch nicht. Da. Leute, guckt mal richtig hin. Feier hin. Blöden. Jetzt fliegt da. Das muss man am ersten Mal klappen, Nicodem. Ich bin halt nicht so stark. Feier. So sorry, Tim. Doch, an sich schworen. So sorry. Das brauche ich nicht. Fallen lassen. Da. Jesus Christ. Timmy. Hä? Da liegt ja gar keiner. Hä? I'm so excited. Also, das hier war Tim. Okay. Sehr skrupellend. Ich bin gestorben. Hä? Was für den Beach Boyle des Verderbens? Ja. Wahrscheinlich. Also, das sei jetzt so. Wärst du gestolpert, hättest du dir den Fuß verknackst und legst sie einfach hin. Ich bin hier einfach so gesprungen und verreckt. Tja, die Decke war halt der höchste Gegner im Gang. Was für eine Decke. Move, 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 move. Jetzt fahr vernünftig. Ich immer. Ups. Zahli. Sorry, Nicodem. Warum nennst du mich Zahli? Ich hab, sollte das eben an anderen schreiben. Aha. Ja. Und da irgendwie, hab ich verpennt, dass der Chat da halt, ne? Dass da Tabs sind. So. Du, ein-Dollar-Nutte. Hey, danke. Ich bin ja auch nur der, der aufnimmt, ne? Ja, ich bin ja, Mike. Ich hab die Körper auf dem Seite gesprungen. Ich glaube, wir müssen das tun. Ach, was geht da traurig, du. Ja. Ich heul mir nass ab, du. Das sieht eher aus, als ob er sich einfach nur die Nase zuhalt. Vielleicht ist es so stinkt. Ich bin tot. Ich auch. Ihr seid im Wagen nicht gestorben. Ihr seid im Wagen, da stand, wo ihr gespawnt habt. Man merkt, ein völlig Bugs-freies Spiel. Ehrlich. Dieses Spiel ist echt verbuggt. Ich höre irgendeinen Pfeifen vorlachen. Handy, das bist du. Du lachst Pfeifes. Ja. Ich bin ein bisschen erkältet. Molotov-Action. Ich habe immer noch nicht alles, was ich brauche. Ja, 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 ja. Oh, geil. Ich kann jetzt komplett alle Waffen nehmen. Hä? Wie das? Ja, er ist ein paar Level höher als wir wegen seinem Fury. Welches Level hast du denn? Zehn. Oh. Hey, ah, ja, stimmt. Wir haben ja Nägel und wir haben eine epische Waffe. Da bauen wir das doch einfach mal rein. Wenn es passt. Tö, äh, Stock. Modifizieren. Ja. Garantie. Erlischt nachgeworfen. Es kann allerdings lohnt zum Problem werden, dass du jetzt schon Level 10 bist. Boah, die Nägel sieht man sogar in dem Stock drin. Was ist? Ja, aber cool. Boah, 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 boah. Böter. Meckerst du etwa, dass ich zu hochüterlevelig bin? Nein, ich habe nur gesagt, das könnte zum Problem werden. Warum? Weil jetzt auch Level 10 Zombies spawnen. Und später. Ja, das könnte für andere jetzt zum Problem werden. Wohin? Dann halte ich mich mal zurück. Jetzt erst mal. Wohin? Hm. Weile ich nicht. Markiert. Auf Quest nicht. Machen wir erstmal Nebenquests. Markiert. Eine Tasche voller Leben. Haben wir zwar schon zweimal gemacht? Ich hab die schon mehrmals gemacht. Obola. Ich bin Asiate. Hallo. Was war das denn? Der war sogar so frech, ich hätte es nur überlebt. Oh. Es geht. Hallo. Tschüss. Naja. Ich bringe dich doch lieber von der Seite. Zur Seite. Okay, das war schon die Quest. Müssen wir jetzt wieder zurück oder was? Ja, völlig richtig. Dann lass mal eben kurz eine andere Quest machen, die in der Nähe ist. Zum Beispiel Familienangelegenheiten. Oh, was ist los? Habe ich gerade weiter gefahren? Oh. Ich dachte schon. Oh. Soll ich fahren? Zeichen der Verzweiflung? Ich muss erstmal wenden. Wir können trotzdem da hinfahren. Ja, ja, ich geb schon Gas. Wir müssen eh da hin. Wir müssen eh da hin. Wir müssen nur wenden. Ja, die Straße sieht doch eh schön eh frei aus. Der Ball des Todes. Was im Fakt? Ich glaub das vorhin, das war die Kante des Todes. Ich hab die Stufe irgendwie nicht so richtig erwischt. Da hinten stolperte ein Zombie. Meinst du ihn? Oder meinst du ihn? Wie er es überlebt hat? Hey, der überlebt das irgendwie immer. Kommt mich nicht an. Oh. Oh. War zu schnell für's Tor. Au. Kommt nicht ausgehend zu zu Fuß weiter. Oh. Oh. Eine geile Sicherung bei ersten Stufe A. Für mir steht neun. Hui. Ey, dieser Boden. Oh. 231 Damage. Boah. Also, dass die Waffe episch ist, das merke ich. Das ist ein... Moment. Die können auch am Boden liegen. Ja, wenn du sie irgendwie umspannst schon. Aber das war noch... Das war der Venerator gleich versucht, über die Klippe oder über diesen Busch zu springen, aber dann hinfällt. Zwei Kisten brauchen wir noch. Am besten jeder schnappt sich eine. Äh, was war das denn? Achtung. Ich hab die Kisten. Für die Quest. Hä? Die Help Quest. Wie können wir die jetzt schon haben? Äh, haben wir die davor schon gemacht? Weiß ich nicht. Hä? Na egal. Ich habe eine Kiste. Ich muss ja entdecken uns, die einen beiden. Uah. Nur noch eine. So. Und was, äh... Hast du das jetzt? Das war ne Quest? Ja, aber wieso sollten wir die so... Hey, ich hab einen Aufstieg. Ja, guck mal hier, Nicodem. Guck dir die Kisten mal an. Bilden die nicht zufällig irgendwie... Buchstaben oder so. Oh. Hilfe. H. 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 Und L. Und P. H. Genial. Welch ein Genie sich das bloß ausgedacht hat. Ich hab irgendwie ein Messer weggeworfen. Naja, wo ist. Wo ich hinführe? Mh. Irgending. Also, wir sind hier unten, ne. Ah. Wo wir hin müssen. Da müsst ihr hin. Äh, voll nicht fliegen. Boah, Abwehrsklöpfe richtig schnell. Cardio Trainer gewonnen. Hey! Erfolg freigeschaltet. Nein, hier gibt's nen Bunker. Wie geil. nazi zombie